Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen auf DrWindowsTV, heute mit einem neuen Windows 10 FAQ Video. Heute zeige ich euch, wie ihr den Befehl Senden an anpassen könnt. Erstmal zeige ich euch natürlich, was dieser Befehl kann und falls jemand den jetzt nicht kennt. Also, Senden an bedeutet einfach, ich habe jetzt einfach hier eine Beispieldatei, wenn wir da drauf rechts klicken, gibt es hier im Kontextmenü den Befehl Senden an und darunter befinden sich Dinge wie zum Beispiel An-E-Mail-Empfänger senden oder ZIP-komprimierten Ordner erstellen. Das heißt, wenn ihr die Datei packen wollt, dann wird direkt, bei mir ist es Winra, wenn ihr standardmäßig nichts installiert habt, wäre es zum Beispiel eine ZIP-Datei und schon habt ihr diese Datei schnell gepackt. Also dafür ist dieser Befehl Senden an. So kann man sich ein bisschen Zeit sparen, wenn man das Ganze gut nutzt. Okay, so, ich lösche jetzt mal hier diese Datei wieder. Okay, es gibt natürlich noch andere Ordner, wo man das Ganze vielleicht schnell hinschieben möchte oder personalisierte Ordner, die man haben möchte, mit denen man oft arbeitet. In meinem Fall werde ich jetzt OneDrive benutzen, um euch erstmal zu zeigen, es gibt auch eine Möglichkeit, wenn ihr hier auf Senden angeht, dann habt ihr hier eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten. Wenn ihr jetzt, bevor ihr mit der rechten Maustaste klickt, die Shift-Taste drückt, also die halte ich jetzt gedrückt und jetzt mit der rechten Maustaste klickt und dann, während ihr die Shift-Taste halt gedrückt haltet, immer noch, hier auf Senden angeht, seht ihr schon, gibt es hier eine viel größere Auswahl an Möglichkeiten. Da drunter zum Beispiel auch die Möglichkeit, das Ganze an RunDrive zu senden. Okay, wenn ihr das Ganze aber haben möchtet, ohne die Shift-Taste drücken zu müssen, sondern einfach nur über diesen Rechtsklickbefehl hier, dann zeige ich euch jetzt, wie das geht. Okay, wir müssen jetzt erstmal Ausführen öffnen. Hey Cortana, öffne Ausführen. In Ordnung, ich starte die App Ausführen. So, vielen Dank. Also Ausführen könnt ihr natürlich auch mit der Windows-R-Taste, also Windows und R drücken, dann öffnet sich auch hier dieses Ausführen-Fenster. Okay, wir geben jetzt hier unten ein, ich habe es schon vorhin eingegeben, Shell, Doppelpunkt, SendTo und das alles zusammengeschrieben und dann klickt ihr hier auf OK. Jetzt öffnet sich ein weiterer Ordner und das ist genau der Ordner-Fad, in dem sich die Verknüpfung für den Senden an, also SendTo-Befehl befinden. Das Ganze ist ganz einfach. Ihr klickt jetzt einfach hier mit der rechten Maustaste, geht auf Neu, OK, dann auf Verknüpfung und erstellt dann eine neue Verknüpfung. Wir wollen ja OneDrive haben, das heißt, wir gehen hier auf Durchsuchen und wählen dann, hier haben wir schon OneDrive, also in diesem Fall ist es ganz leicht zu finden, OneDrive aus, klicken auf OK. Das ist jetzt euer OneDrive-Fad. Dann auf Weiter, dann könnt ihr noch auch einen anderen Namen, wenn ihr wollt, diesem Ordner geben. Wir belasten das hier bei OneDrive und gehen einfach auf Fertigstellen. Jetzt habt ihr hier im SendTo-Ordner die Verknüpfung OneDrive. Wenn wir jetzt hier mit der rechten Maustaste wieder auf unsere Datei klicken, auf Senden angehen, dann seht ihr, habt ihr hier OneDrive drin. Genauso könnt ihr das auch umgekehrt machen, wenn ihr natürlich, wenn ihr die ganzen anderen Sachen hier, Faxempfänger zum Beispiel, das brauchen wahrscheinlich sehr wenige Leute, dann könntet ihr diese Verknüpfung auch ganz einfach rauslöschen. Ich drücke mal die Windows-R-Taste diesmal. Da seht ihr, da öffnet sich auch Ausführen. Wir gehen hier einfach nochmal rein und ich lösche jetzt zum Beispiel die beiden hier raus. Die brauche ich nicht und schon habt ihr diese Verknüpfung rausgelöscht. Und wenn wir jetzt hier nochmal auf Senden angehen, seht ihr, sind diese Verknüpfungen auch raus. Also damit könnt ihr euch auch dieses Senden an ein bisschen aufräumen, so dass ihr das nach euren Bedürfnissen anpassen könnt. Ja, ich hoffe, wir konnten euch mit diesem kleinen Windows 10 FAQ wieder ein bisschen weiterhelfen, die Windows 10 Welt ein bisschen leichter machen und ein bisschen produktiver. Und wir sehen uns dann im nächsten Dr. Windows 10 FAQ. Bis zum nächsten Mal, euer Node-Dash Pro. Ciao Leute.